Bis zum Jahr 1999, also bis zum Umzug des Bundestags nach Berlin, gab es im deutschen Strafgesetzbuch einen Paragrafen 106a Bannkreisverletzung. Der Bannkreis, die Bannmeile, umfasste das gesamte Regierungs- und Parlamentsviertel in Bonn. Es umfasste die Botschaften, die Ländervertretungen und viele der großen Medienbüros. Jeder, der in diesem Bannkreis innerhalb dieser Bannmeile demonstrierte, wurde bestraft mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagersätzen. Ob nun der Parlamentsbetrieb gerade lief oder nicht. Es zieht sich hier eine Traditionslinie zum obrigkeitsrechtlichen Denken des 19. Jahrhunderts, zum Obrigkeitsstaat und diese Linie sollte mit dem Umzug nach Berlin abgeschnitten werden. Man wollte nicht mehr Obrigkeitsstaatlich denken, man wollte das Parlament freier und transparenter haben, man wollte die Leute einbeziehen, man wollte die Menschen einbeziehen. Nun, nach den Ausschreitungen bei den Corona-Demos in Berlin gibt es Stimmen, die Bannmeile auch in Berlin vor dem Reichstag, um den Reichstag herum wieder einzuführen. Warum? Weil eine Horde von zwei bis dreihundert Rechtsradikalen die Treppe zum Reichstag gestürmt und dort die alten Fahnen des Obrigkeitsstaats die Reichsflagge geschwenkt hat. Man sollte den Rechtsradikalen den Gefallen nicht tun, ihre Unverschämtheit zum Sturm auf den Reichstag, zum Sturm auf den Bundestag, zum Sturm auf Berlin hochzureden. Und zweitens sollte man ihnen nicht den Gefallen tun, zurück zum Obrigkeitsstaat zu gehen und die Bannmeile und den Bannkreis wieder einzuführen. Das wäre zu viel an Aufmerksamkeit für diese Rechtsradikalen. Nach jetzigem Recht gibt es um den Bundestag herum einen befriedeten Bezirk. Dort sind Versammlungen möglich, wenn sie den laufenden Betrieb der Verfassungsorgane nicht stören. Und man nimmt an, dass es immer dann der Fall ist, wenn Sitzungsfreizeit ist. Der Bundestag ist ein zugängliches Parlament. Er muss ein zugängliches Parlament bleiben. Er ist das meistbesuchte Parlament der Welt und auch das muss so bleiben. Sicherheitskonzepte neuerer Art ziehen nun vor, um den Reichstag, um den Bundestag einen Graben zu ziehen. Das würde den Bundestag aussehen lassen wie eine Burg. Manche würden sagen, wie eine Raubritterburg. Das soll nicht so sein. Man sollte auch den alten Bannkreis, die alten Bannmeilen nicht mehr einführen. Das passt nicht zu einer modernen Demokratie. Natürlich darf man Versammlungsverbote im Einzelfall einsetzen. Jede Versammlung unter freiem Himmel muss ja genehmigt werden. Hier kann man ein Versammlungsverbot im Einzelfall am Reichstag, am Bundestag etablieren. Solche Versammlungsverbote im Einzelfall müssen dann aber auch gesichert und durchgesetzt werden. Und darauf kommt es an.